Willkommen damit zu einem neuen Video. Ich habe mir ein ganz, ganz tolles Format überlegt, so eine Mischung aus Fortnite, weil es gehypt wird und ich brauche Klicks, und ein bisschen Telefon verarschen. Abonniere! Hallo? Hallo? Guten Tag, ich habe angesucht wegen dem kleinen Häschenbuch. Ja? Genau. Bevor ich dieses Telefonat fortsetze, will ich Ihnen noch etwas vorspielen. Jetzt können wir das Telefonat fortsetzen. Okay, ich habe alle angerufen wegen dem Häschenbuch. Scheiße. Junge, ich kann nicht mehr... Einmal sehe ich, einmal habe ich eine Frau, die antwortet, wegen so einem scheiß Hasenbuch und dann fange ich an zu lachen. Hallo? Hallo? Guten Tag, ich rufe an wegen Ihrer kleinen süßen Tiersammlung. Genau. Wie viele sind das ungefähr? Haben Sie da schon mal nachgezählt, so grob? Über 70. Über 70. Ja, genau. Ich will mir nämlich jedes kleines Tierchen anal einmassieren. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, das ist so witzig! Ja? Hallo, guten Tag, ich habe wegen der Katze angerufen. Ich muss einmal auf mein Handy spinnen, sonst. Okay, ich habe wegen der Katze angerufen. Ich will sie erwerben. Ja, welche? Ja, die Graue da. Bitte, welche? Hallo? Ja, die Graue da. Ja, ich habe da noch ein paar Zwischenfragen. Ja? Ähm, ich habe jetzt hier ein PC zu Hause und ich bin jetzt eher ängstlich, nicht, dass sie mir da irgendwie die KD in Fortnite runterschraubt. Hallo? Nee, eigentlich. Wir haben auch ein PC, aber... Also, eigentlich nicht. Willst du mal Katzen? Ja, also die letzte, die hat mir da die Black Ops 3 in KD zerstört und... Okay, ja, das weiß ich nicht, da kann ich ihnen da keine Garantie für geben. Also, wenn, wenn, dann muss die Katze gut in diesem Spiel sein. Bitte? Wenn, dann muss die Katze ganz lieb sein. Ja, aber trotzdem gehen die an Sachen dran, sind ja Katzen halt, ne? Ja, der letzten Katze habe ich den Schädel eingeschlagen. Scheiße! Hallo, guten Tag. Ich habe angerufen wegen dem Porträt. Wegen was? Ich habe angerufen wegen dem Bildchen. Ich verstehe Sie gerade ganz schlecht. Wegen was rufen Sie an? Ähm, wegen dem Bildchen. Wegen dem Bildchen, ja, was meinen Sie denn genau? Ich will es erwerben. Ich verstehe ganz schlecht. Was wollen Sie genau, weil meine Frau da dreist? Kannst du jetzt nicht genau so an? Richtig, ich will Ihre Frau erwerben. Ja, das ist klar, das weiß ich nicht. Ähm. Nee, ähm, ich will das Bild kaufen. Das Porträt. Was für, was für Bild denn? Da ist ein großer, dicker Hund drauf. Ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Die zweite, genau, können Sie mal, können Sie mal das aufschreiben, weil Sie überlegen sind? Äh, auf die Anzeige genau antworten und meine Frau antworten, dann darf ich. Okay, dann fange ich jetzt mal ein Los zu spritzen. Viel Spaß noch. Jo, danke dir zu. Tschüss. Hallo, guten Tag. Ich habe angerufen, weil ich eine Katze erwerben möchte. Äh, das heißt, wahrscheinlich falsch verbunden. Ich habe nämlich keine Katze. Kann die Katze denn auch Fortnite spielen? Tut mir leid, ich glaube, es ist eines ganz falsch verbunden. Jetzt wollen Sie mir auch noch an die Wäsche. Ja, moin. Ich rede nicht, bin perversen. Vor allem, ich habe mich einfach nicht falsch verbunden. Katzensäule, Kletterbaum, die verkopften Kletterbaum. Oh mein Gott, bin ich blöd. Oh mein Gott, bin ich blöd. Oh mein Gott, bin ich blöd.